Jans und herzlich willkommen zurück zu sauerpunk 2077. Heute machen wir mal eine andere mission. Ich habe mir da schon etwas herausgesucht, nämlich Queen of the Highway. War das falsch? Highway Main, genau das. Weil das war irgendwie eine Mission, die wir halbwegs angefangen haben, schon ziemlich lange her ist. War, glaube ich, da bei den Sixth Street, wo wir diesen Waffenwettbewerb hatten. Da haben wir eine Garage gefunden und da war ein Bild drin. In der Garage war ein Bild von einem jungen Kerl-Typ, Mädchenschwarm. Die E-Mails am PC sind von einem gewissen James. Da muss man wirklich kein Genie sein, um sich das zusammenzureimen. Vielleicht sollten wir Ausschau nach unserem Romeo halten, vor allem in Charpentown. Ich vermute, dass das Foto dort gemacht wurde. Würde mich zumindest nicht wundern. Echt viele Kids gehen in der Ecke auf Dates. Scheisse. Am Anfang ist das alles immer noch so niedlich, oder? Und am Ende meistens nicht mehr. Ein weiteres Rätsel, eine weitere vermisste Person in Night City. Früher haben sich die Cops um Leute wie sie gekümmert. Heute liegt das Schicksal in deiner Hand. Genau, da müssen wir eigentlich zwei Sachen herausfinden, was mit Josie passiert ist und mit James. Wie gesagt, wir haben das angefangen irgendwie, aber ich glaube, ich habe es gar nicht richtig mitbekommen, dass das eine Mission war. Ich dachte eigentlich wahrscheinlich, dass das schon wie abgeschlossen sei. Ist allerdings jetzt nicht der Fall. Von daher fahren wir da mal hin und machen das mal wieder mit unserem schönen Delmein. Ist leider fünf Kilometer entfernt, wenn es auf dem Map angezeigt werden würde. Hm. Ähm. Schaupend haben wir es nicht hier unten. Bitte nur Brett. Okay. Weird. Da. Da. Da wird es angezeigt. Auch nicht. Hä? Äh. 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 Wenn hier raus und Josie passiert ist. Vielleicht sollten wir auch schon nach unserem Romeo halten, vor allem in Charpentown. Wollen wir da hin? Ist grad irgendwie nicht so übersichtlich. Ne? Ne. 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 Hm. Gut, leider weiss ich nicht mehr, wo wir das gefunden haben. Ich vermute eigentlich hier drüben, irgendwo, mal hier, mal die Garage. Vielleicht ist es auch diese Mission hier, I don't know, unentdeckt. Das ist jetzt eben das Problem, wir haben, das ist sehr lange her und ich weiss nicht mehr, wo wir das gefunden haben. Ich würde sagen, ich fahre mal nach da hinten. Ich weiss, ich habe noch eigentlich zwei oder drei Fertigkeitspunkte. Shit. Sorry, ganz kurz, ich musste meinen PC neu aufsetzen und da habe ich, und da sind natürlich wieder ein paar Sachen, ähm, anders als gewollt. So, geht's dann. Und fahren wir mal da hin, 2,5 Kilometer, könnte zumindest hinhauen, dass es irgendwo da drüben ist. Ich hoffe, es stimmt alles mit dem Sound, ähm, mit der Aufnahme und OBS. Bei OBS habe ich eigentlich, ähm, ein Save angelegt, aber das hat gar nichts gebracht, also ich musste alles neu einstellen. Das ist jetzt ein bisschen sehr laut. Ich musste alles neu einstellen bei OBS und von daher hoffe ich, dass alles stimmt, wenn ich da jetzt nicht irgendwie plötzlich dann einen Fehler habe in der Aufnahme und nicht die ganze Aufnahme wieder wegschmeißen kann, wie schon ein paar Mal passiert ist. Aber ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass alles gut ist. Zur Not kann ich das hier eher noch einblenden, um zu sehen, ob die FPS gut sind. Ey, Junge! Und die Mods wurden eigentlich, glaube ich, alle wichtig. wieder die gleichen sein. Und sollte auch alles wieder stimmen. Hier war es auf jeden Fall nicht. Hier die Bonsen-Gegend. Hier war die Kuirochi viermal. Diner-Law. Ey, ich mache die falsche Tasche über den Gamepad. Gehört das hier auch aus noch zu Chapintown? Ne, das ist schon was anderes. Ja, das ist doof. Ok. Ok. Fühlt mich hier hin. Warte. Warte kurz. Ok, das führt mich da hin. Dann fahren wir mal da hin. Vielleicht können wir über Joes irgendwie herausfinden, was mit James passiert ist. Warte kurz. Warte kurz. Warte kurz. Warte kurz. Warte kurz. Heute hat der mal nichts zu erzählen Zu seinen Gedanken All right You know how they say you shouldn't eat shitty food for going to bed Things like scotchies, pop turds or tofu tuna Well, go ahead and add NC prison What is that? Amina Shafiq You blind Okay Shit, das habe ich auch umgestellt Sorry, ganz kurz Ähm, wo haben wir es? Zendable Tastendruck wechseln So Okay, wieso führt uns das hier hin? Mit ihr können wir nicht sprechen oder nicht wirklich interagieren Ist auch niemand im Auto drin Ich denke mal nicht, dass hier irgendjemand choosy ist Oh, hey there And is near Oder Vielleicht Ja Habst du gar nichts Nee Das kann es auch nicht sein Weird Ich finde herausweisend schämst Eine Show, die passiert ist Ich weiss nicht, wer die Frau da ist Das ist einfach eine Zivilistin Die gehört zu niemandem Oh Mann Ich dachte jetzt könnten wir diese Mission hier fertig stellen Aber 806 Meter Ist das jetzt irgendwie ein Katten-Maus-Spiel Dass ich da schauen muss, wo Dass man näher kommt oder was 829 Wann ziehe Blöke Mut Du bist Du bist Du bist Du bist Ein Schuss Das ist Ich habe Das ist Darf Ich habe einen Schaden, 600 Meter. Ehm, wir haben einen Problem. 400 Meter. Kommt der Sache näher? Carajo. Steigen wir kurz aus, um die Polizei nicht zu bekommen. 300 Meter. Wir sind auf der richtigen Spur. 396. 388. 487. 40 Meter. 40. 40, 40 proph. 40, 40 Meter. 40, 40. 40 investing. 40, 40. 50, 0,So soft. 50, 40. ganze zeit ist da was los 387 386 383 ist eigentlich in diese richtung 386 396 42 43 43 43 43 44 45 48 50 50 50 50 50 Ja, da sind die Valentinos. Hier finden wir wahrscheinlich nix darüber hinaus. Wir waren hier glaube ich schon mal 318 Meter. Wir haben hier 40 Meter. 200. 53. Wer bist du? Trevor Estrada und Matt Rias. Es ist so. Sie kommen. Lol, was? Wer kommt? Der Boss ist mir scheißegal, Mann. Bald habe ich Superkräfte und dann zermalme ich den Boss und die Technonekromanten von Alpha Centauri wie Ameisen. Ach du Scheiße. Trev, setz dich einfach irgendwo hin und fass nix an, der ist scheißgefährlich. Hab keine Angst. Ich habe alles unter Kontrolle. Muss mich nur verbinden und dann verschiess Blitze aus meinen Fingerspitzen. Wenn du die Blitze am Himmel siehst, hat es kein Sturm, das bin ich. Ab jetzt werden mich alle Blitzmann nennen. Trev, um Himmels Willen, verbinde dich mit gar nichts. Oh. Oh. Hi C. Er hat sich mit dem Stromnetz verbunden. Vollidiot. Und wurde gebredelt. Naja. Können schliesslich ja nicht alle schlau sein. 152. 45. Es ist auf jeden Fall in diese Richtung. 141. 44. Schauen wir mal die Map wieder an, falls irgendwas da auf der Map auftauchen sollte. 23. 24. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. schönes Auto 34 9 Meter Oh, da liegt jemand Menschliches Blut, mehrere Wochen alt, schwere Verletzung Leiche Seit mehreren Wochen verstorben Nomadin des Alekalo-Clans Stumpfe Gewalteinwirkung Blutverlust Schlechte Nachrichten Entwurf Also es wurde nie abgeschickt James Es ist echt übel Bin dahin, wo du gesagt hast Gesagt Und die Tigers haben gewattert Sie haben geschürfen Dass sie das Motorrad zurück Wollen und dann fielen Schüsse Bin entkommen, aber habe ein übel Treffrad bekommen Ich kotze Blut Kaum gerade ausgucken Schwindelig Ja nicht aufstehen Wollte die Wunde verbinden Aber bin da scheisse drin Suche in Heywood nach einem Ripper Der das Maul halten kann Wenn ich wieder halbwegs Verstecke ich mich in der Garage Die bei dem Damm weisst Bis es wieder ruhiger wird Aber wenn ich es schaffe Habt das Motorrad versteht Maelstrom Reviert bei All Foods Da gehen die Tigers Nicht hin Such nach dem Geisterpferd Torcode ist das Datum von Als wir uns kennengelernt haben Hoffen die Gäste besser als Mir bleibt Tschüss Z Z Alter Hm Hm Okay, Josie haben wir gefunden Achso Wir müssen das jetzt wirklich Selber finden Ist ja wirklich ein bisschen wie ein Versteckspiel Dann muss ich aber den Splitter nochmal lesen War das Notiz? Er ist doof Ähm, schlechte Nachrichten hiess es das Suche in Heywood nach einem Ripper Der das Maul halten kann Wiederhabes Leben verstecke ich mich in der Garage Die bei dem Damm Weisst du bis es wieder ruhiger wird Garage Damm Heywood Maelstrom Reviert bei All Foods Suche nach dem Geisterpferd Erstmal Heywood finden Da ist irgendwo der Damm Und eine Garage Ähm Mal kurz weg da Heywood Heywood ist da Werden das aus dem Damm geben Wir schauen uns mal nach unten Geisterpferd Schleifern Abang 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 Heywood the Glen, Westbrook Arroyo, ja gut. Und dann, wenn es einen Damm gibt, dann wohl eher am Wasser entlang irgendwo, vielleicht das hier, ich würde mal sagen wir fahren hier hin und fahren die Küstenstrasse, also Küstenstrasse, die Strasse am Wasser entlang, vielleicht finden wir da was, ansonsten müssen wir woanders hin, ähm, wir nehmen mal Check-Is-Arch. Schon ein ganzes Motorrad. Ich könnte auch wieder mal was Neues anziehen. Theoretisch. Das mache ich dann mal beim nächsten Mal wieder. Aber ich sehe gerade, wir sind sowieso schon über der Zeit. Von daher fahre ich da mal hin und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Cyberpunk 2077 und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ich bin hier. Ich bin hier. In 2077, sie wählten meine Stadt, die schlimmste Ort zu leben in Amerika. Main issues, sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Ich bin hier. Ich bin hier. Höger Vivek. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Immerse yourself in Cyberpunk 2077 Samurai We have a city to burn